Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir hatten neulich ein Video zum Thema Stellenabbau gemacht und zu der Zuschauerfrage, ob man sich eigentlich auf Freistellen im Unternehmen bewerben muss und ob man sich bewerben muss, wenn der Arbeitgeber ihn dazu auffordert, ob der Arbeitgeber ihn dazu verpflichten kann. Wir hatten gesagt, nein, das muss man nicht. Heute geht es um eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Das hatte ich schon angekündigt. Die Frage lautet, ich habe die ein bisschen zusammengefasst und habe auch das Unternehmen rausgenommen, um das es ging. In meinem Unternehmen findet ein massiver Stellenabbau statt. Unter welchen Bedingungen und wann genau muss ich eigentlich eine Kündigung befürchten? Ich hatte ja schon gesagt, dass die Unternehmen heutzutage gerne es so machen, dass sie in der Presse sagen, wir müssen Stellen abbauen. Klingt für die Aktionäre immer interessant. Die bauen Stellen ab, dann verschlanken das Unternehmen, die Kosten werden eingedämpft und so weiter. Klingt erstmal für die Aktionäre gut. Und dann schreien natürlich alle Gewerkschaften zurecht und Betriebsräte und vor allem die Belegschaft, was Stellenabbau. Und dann sagt man, um die auch wieder zu besänftigen, nein, nein, das geht alles ohne betriebsbedingte Kündigung. Teilweise werden dann auch irgendwelche Tarifverträge, Beschäftigungssicherungstarifverträge abgeschlossen oder mit dem Betriebsrat, irgendwelche Vereinbarungen, was auch immer. Man versucht das also natürlich in alle Richtungen schön darzustellen. Fakt ist aber, so schön ist das Ganze nicht. Und für die Arbeitnehmer, wir kriegen natürlich alle einen Schreck. Und für die Arbeitnehmer stellt sich natürlich sofort tatsächlich einfach die Frage, muss ich jetzt eine Kündigung befürchten? Und da, das ist eine sehr allgemeine Frage, das kann ich natürlich besser im konkreten Fall beantworten. Ich will es nur nicht für dieses Unternehmen hier machen, weil es ein relativ kleines Unternehmen ist und ich möchte nicht, dass hier irgendwie rauskommt, dass hier einer gefragt hat. Aber wir haben im Moment solche Situationen in allen möglichen Unternehmen, auch in sehr großen Unternehmen. Und dazu werden wir auch nochmal dann unternehmensbezogen Videos machen. Hier geht es erstmal ganz allgemein, unter welchen Bedingungen muss ich so eine Kündigung befürchten? Zunächst einmal hatte ich ja immer gesagt, wenn ein richtig fürchten muss, muss ich mich davor, wenn ein Unternehmen komplett dicht gemacht wird. Also ein Betrieb wirklich geschlossen wird. Das ist zurzeit relativ selten. Die Marktlage ist gut. Wir hatten jetzt gerade ein Unternehmen, was trotz guter Lage am Markt behauptet, den Betrieb zu schließen. Da muss man dann mal gucken, ob das alles so zutrifft. Es ist ungewöhnlich für Unternehmen im Kapitalismus, dass die einfach so sagen, uns geht es gut, aber wir machen den Laden trotzdem dicht. Aber kann passieren. Jedenfalls muss man mal diese komplette Betriebsstilllegung, die ist sehr problematisch. Insolvenzen übrigens sind natürlich auch immer sehr problematisch. Da werden dann die Rechte wirklich zusammengeschmolzen. Die Verteidigungsmöglichkeiten sind gering. Auch in diesen Fällen raten wir aber gegen jede Kündigung vorzugehen. Wenn man so etwas befürchtet, dann muss man einfach gucken, ob die Rechtsschutzversicherung am Start ist. Das sage ich sowieso immer. Gucken Sie, Sie brauchen eine Rechtsschutzversicherung. So viel Ärger wir auch mit Rechtsschutzversicherungen haben. Ich empfehle trotzdem immer, eine zu haben. Das hier nochmal nebenbei. Also ich habe gesagt, Insolvenz, komplette Betriebsstilllegung ist grausam. Betriebsteilstilligung ist auch gefährlich. Wenn ich also klar abgrenzbare Betriebsteile habe, die komplett dicht gemacht werden, ist auch doof für die Arbeitnehmer. Alle anderen Situationen beim Stellenabbau sind gut angreifbar. Wenn der Betriebsrat natürlich eine Namensliste macht im Interessenausgleich Sozialplan Namensliste, wo dann die einzelnen Arbeitnehmer darauf vermerkt sind und ich gehöre dann unter diejenigen, die gekündigt werden sollen, dann habe ich ein bisschen schlechtere Karten, weil ich kann dann die soziale Auswahl noch schlechter angreifen. Das ist also auch ein bisschen doof. Wenn das aber auch nicht vorliegt, dann sage ich mal, sind erstmal meine Karten gut. Ich muss jetzt vielleicht ein paar Dinge beachten, aber ich muss jetzt nicht so ganz akut wirklich eine wirksame Kündigung befürchten. Wenn natürlich eine Kündigung kommt, der Arbeitgeber kann immer kündigen. Die Leute fragen mich immer, kann der Arbeitgeber kündigen? Dann sage ich immer, naja, natürlich kann er. Das kann jeder. Ein Schreiben ausdrucken, unterschreiben, muss ja nicht mal unterschrieben sein, ist ja trotzdem eine Kündigung. Das Entscheidende ist doch immer, ist die Kündigung wirksam. Wenn die Kündigung nicht unterschrieben ist, ist es definitiv schon mal unwirksam. Das heißt, kündigen kann jeder. Nur wirksam kündigen ist die Kunst. Die Frage ist immer, hat diese jeweilige Kündigung das Arbeitsverhältnis auch beendet oder verändert bei einer Änderungskündigung? Das ist das Entscheidende. Die Frage muss also immer richtig lauten, wäre eine Kündigung wirksam? Und da sage ich eben, diese Kündigung, wenn diese Ausgangsvoraussetzungen nicht vorliegen, sind immer gut angreifbar, sollten angegriffen werden und im Kündigungsschutzprozess muss der Arbeitgeber dann seine ganzen Sachen schön darlegen. Und ich sage immer so, der Arbeitgeber muss ein Gerüst aufbauen. Und das Schöne auf Arbeitnehmerseite, warum es auf Arbeitnehmerseite auch immer so Spaß macht, ich vertrete ja beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Kündigungsschutz macht auf Arbeitnehmerseite viel mehr Spaß, weil es ist wie, wenn man so ein bisschen so kindlich ist, wie ich ja so ein kleines, so noch diese Geschichten hatte. Als Kind hat man immer gerne was kaputt gemacht. Ja, wir haben als Kinder total gerne Fensterscheiben zerkloppt, irgendwie Pyramiden, die andere mühsam aufgebaut haben, eingetreten oder so mit Spielkürzern. Ja, also mir hat immer der Einsturz, die Verursachung des Einsturzes, hat mir immer mehr Spaß gemacht und so ist es im Kündigungsschutzprozess. Der Arbeitgeber muss den Turm aufbauen, muss alle Sachen richtig schön aufbauen. Und wir müssen nur einen kleinen Stein rausschießen und hoffen, dass das Ding dann einfällt. Manchmal ist es nicht nur bei dem einen Stein, manchmal schießt man drei raus und dann fällt das Ding schon ein. Es gibt aber Steine, wenn man die rausschießt, ist das Ding kaputt. Wenn man zum Beispiel bei der Betriebsratsanhörung einen Fehler findet, dann ist die Kündigung nicht mehr zu retten. Und so ist das eben, sage ich mal, dann unser Sport, möglichst viele Steine rauszuschießen oder eben den einen steinenden Stein rauszuschießen. Und der arme Arbeitgeber muss mit seinem Anwalt immer alles aufbauen und damit passieren Fehler. Mit anderen Worten, beim Stellenabbau muss man nicht ohne weiteres Kündigung fürchten. Viele Unternehmen haben sich da selbst viele Steine schon in den Weg gelegt, durch Verhandlungen vorher mit Gewerkschaften, Betriebsrat, Beschäftigungssicherung und so weiter. Aber was passiert? Es gibt ein Kesseltreiben, man wird genötigt, Aufhebungsverträge zu unterzeichnen und so weiter. Das muss man alles nicht machen. Man sollte es auf keinen Fall machen, selbst wenn man es gerne will, ohne anwaltliche Beratung, sage ich immer wieder, eine Unterschrift kann ich nicht mehr wegmachen, ich kann nichts zaubern, so lange sie nichts unterschrieben haben, sind alle Türen offen für eine Kündigungsschutzklage, für eine hohe Abfindung, beziehungsweise wirklich auch eine harte Verhandlung, wenn man die Klage nicht will, eine harte Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Über einen wirklich wirtschaftlich für sie auch sinnvollen Aufhebungsvertrag. Soweit erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie übrigens gerne den Kanal. Ich freue mich immer über Daumen nach oben und über Fragen in den Kommentaren, gerade zum Thema Kündigungsschutz. Ist ja mein Thema, mein Schwerpunktthema. Gerade da beantworte ich die Fragen besonders gerne. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.